Der Klimawandel ist in aller Munde schon seit vielen Jahren. Während früher die wissenschaftlich belegten Fakten zur Kenntnis genommen wurden, aber nur eine marginale gesellschaftliche Reaktion darauf zu beobachten war, ist diese Thematik inzwischen im Kern der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft angekommen. Zentrale Fragen in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik sind beispielsweise, was sind die biophysikalischen Zusammenhänge im Klimasystem? Wie funktioniert ein Klimasystem über Jahrmillionen und wie unterscheidet sich der aktuelle Klimawandel davon? Welche Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft hat der Klimawandel? Aber auch welche Konzepte zum gesellschaftlichen Umgang und welche Anpassungsstrategien gibt es auf wissenschaftlicher Ebene? Und welche werden denn in der Praxis in welcher Form umgesetzt? Nach der Bearbeitung des MOOC sind Sie befähigt, die aktuellen Debatten zum Thema Klimawandel besser einzuordnen und durch das gelieferte Handwerkszeug auch selbstständig aktiv zum Austausch beizutragen. Und jetzt bleibt mir nur noch im Namen aller Vortragenden und Mitwirkenden Ihnen ganz viel Spaß bei diesem MOOC-Klimawandel zu wünschen. Und jetzt bleibt mir nur noch im Moment. Vielen Dank.